Hopp Hm Oh mein Gott Wie viel Pech kann man bitte haben? Geht doch OP sauber machen Money 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 I have money Ne Moment 5600 haben wir mittlerweile Kaboom Den 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 Einmal die Mitte ausgenockt hier Okay Kommt ihr mal ran ihr Zombies? Und Reinkloppen OP sauber machen Und ausknocken Ach komm Fand ich jetzt nicht nett von euch Nochmal hier den Typen Genau, perfekt Das gibt immer schon Geld Verdammt Aber sind zwei rüber gesprungen Guck Ist auch mal geil Oh oh Das sieht da oben jetzt grad nicht gut aus Das sieht generell jetzt grad nicht so gut aus Okay, alles noch unter Kontrolle Puh Puh Das ist aber grad ganz schön Schwierig Oh mein Gott da unten Komm Explosive Walnuss Nein, fuck Okay Okay Das wär gerettet Oh mein Gott Das sieht überhaupt nicht gut aus Kommt, was Explosives Oh jejei Okay Okay, den Rasenmäher kann ich noch retten Ist das schwer Ist das schwer Rainer mit dir Okay, die ganzen Sprengdinger hebe ich mal auf So Ah Der soll noch rumgehen Mann Ist noch unten Nein Ah mein Gott Oh Hm Da oben muss ich aufpassen Und hier unten In der Mitte ist egal Aber da unten habe ich kein Rasen mehr mehr Ja, perfekt Da jetzt noch Warte, ich packe ich Klingende Beule Klingende Beule Klingende Beule Jetzt noch zwei Walnuss Oder ein Sprengding Ja, locker Tadadum Und dann hätten wir das auch geschafft Zum Botanik Oh Das ist merkwürdig Einfach mal gucken, was hier so passiert Interessant Interessant Ist so vom Spiel her ein ganz normales Spiel Aber, oh mein Gott Was ist das jetzt P-Shoulder gegen P-Shoulder oder wie? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Aua 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 meine Lüme Oh mein Gott Das wird ja Scheiße schwer gesehen Einmal Aua Examine Aua Aua E PAC Machen Sodatt ich wollte gerade sagen, die alten haben bestimmt nicht viel ausgesucht mit meinen Pishota komm, schon oh mein Gott hier werden wir versagen, das kann ich euch jetzt schon sagen ich brauche hier Sonnenblumen, hallo ach und wir können nur noch fressen schießt und frisst, oh mein Gott imban ist Pool oder was alter alter und überall kommen hier die Erbsen angeflogen was ist das denn oh mein Gott wir versagen gerade auf größter Linie die schießen sich hier richtig bequem den Weg frei oh mein Gott ich brauche jetzt hier meine Sonnenblumen okay das verlieren wir kommt schon mehr Sonnenblumen da schießen jetzt schon zwei schaffen wir niemals ich möchte hier auf diese Lücke hinweisen kommt mach schneller kommt schon bitte danke die Lücke hätte ich nochmal gerettet die wird schwer die wird scheiße schwer erstmal aufhalten vielleicht kriegt man ja nochmal was zusammen so komm jetzt mach hin schießt der andere zum mit den anderen ab kipp um kipp um scheiße okay das schwierige ist ausgenockt los kipp um kipp um kipp um kipp um kipp um oh mein Gott verdammte scheinkleister okay das könnte jetzt schwer werden können wir euch einfach mal so wenn so eine Walnussklein schießen dauert ja komm Sonnen ich habe viel zu wenig Sonnen weil die die ganze Zeit bei den Sonnenblumen zerschießen hier das ist kacke jetzt ist die auch schon wieder kaputt ah da kommen gleich auch zwei an oder was oh mein Gott hier nimmt das oh mein Gott nur das ist noch nicht mal eine Welle Entdeckung der Walnüsse das alles hinbauen ach plupp alles weg hier alles was nicht hinter einer Walnuss steht ist weg oh mein Gott okay okay rasenmäher verlos da oben da mein Kabel rutscht die ganze Zeit hinten hinter unter dem Tisch das ist tierisch nervig da muss ich mal kurz was gegen unternehmen nee der fällt da durch toll jetzt ist der Deckel weg ach verdammte Scheiße ey warum steht eigentlich der Tisch so weit weg alter Leute ich muss einmal ganz kurz hier gucken warum steht der Tisch so weit weg ach hier wieder dieses scheiß Kabel so jetzt kann man nämlich auch den Stift da hinlegen so jetzt rutscht das Kabel da nicht mal lol 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 okay schaffen wir trotzdem niemals auch wenn es mein Kabel nicht mal die Maus nach hinten wegzieht aber gut ich muss eigentlich die Walnuss weg was soll der kack ach jetzt kommt da auch noch einer ach wüsste Alter ich versuche jetzt gerade noch mein bestes aber wir haben zwei Rasenmäher schon verloren also das sieht jetzt nicht gerade prickelnd aus und wir werden den jetzt ja auch noch verlieren und dann kommt noch die Welle na ich weiß ja nicht oder wenn wir ihn nicht verlieren müssen wir ja mal alles dafür tun dass der nicht kaputt geht genau perfekt 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 jetzt brauche ich ganz schnell Sonnen mit fünf Sonnenblumen sollte das doch gehen so hier vielleicht ja da oben ist auch erstmal gut zu schützen oh mein Gott tschüss da kommt noch so einer direkt ich muss hier meine Zuwege schützen okay die mittleren will ich nicht aufgeben und da oben ist jetzt ganz heikel oh mein Gott das ging aber schnell und Diamanten mittlerer ist verloren oh mein Gott war das knapp wie knapp war das bitte ach und ich schieße im gleichen Tempo weiter super okay scheiße scheiße da wo ich jetzt nichts hab sichern oh mein Gott scheiße die sind schon mal weg mittlerer ist frei das ist nicht so schlimm da oben muss ich sichern irgendwie aufhalten mit Sonnenblumen oder was auch mal ich muss warten bis die Walnuss fertig ist scheiße hier ist nicht so schlimm da ist nicht so schlimm da oben ist schlimm wenn hier der Marsenmeer Marsenmeer langfährt das hältst du ja die letzte Bälle zack 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 okay und kadum und wir haben es tatsächlich geschafft ich glaub's nicht okay dann hätten wir das jetzt fertig und ich bedanke mich fürs zusehen ähm ja die Plenze des Zombies folgen kommen ja nach so einem Uploadplan jetzt also die wahrscheinlich jetzt auch schon an die ich grad aufgenommen hab äh sagt mir doch mal eure Meinung zu diesem Uploadplan und auch eure Meinung zum neuen Headset was dahinter vielleicht noch verbessern könnte oder schlagt mir doch auch mal ein Mikro vor jedoch hab ich nicht das ganze Geld für ein neues Mikro und ich bin grad froh dass ich mir überhaupt das neue Headset leisten konnte ähm vielleicht kommt ja auch mal was von eurer Seite ich bin ja mal gespannt ich lass mich überraschen ähm ich wünsch euch noch schön Restferien haben ja noch manche manche schon nicht mehr ähm ja bis dann und auf Wiedersehen und auf Wiedersehen und auf Wiedersehen